Einen schönen guten Tag aus Hagen und herzlich willkommen zu dieser Online-Vorlesung, in der ich Ihnen gerne ein bisschen über die methodengeschichtliche Entwicklung der qualitativen Sozialforschung erzählen möchte, die ja mittlerweile fest etabliert ist im Werkzeugkasten, der uns als Forschende so zur Verfügung steht und die, ich würde denken, spätestens seit den 1980er-Jahren auch anerkannt ist als quantitativen Ansätzen gegenüber gleichwertiger Forschungslogik. Soweit die Lage heute. Die Geschichte qualitativer Sozialforschung, die reicht natürlich deutlich weiter zurück, nämlich bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts. Da denke ich zum Beispiel an die Göttinger Kameralisten, die seinerzeit ja doch sehr explizite Kritik daran geübt hatten, die soziale Welt alleine durch eine statistische Brille zu betrachten. Ihre neue Sichtweise konnten sie zunächst aber nicht durchsetzen, was vermutlich auch daran lag, dass es ihrer Perspektive auf Forschung an einem methodologischen, an einem sozialtheoretischen Fundament mangelte. Das wurde dann erst im Laufe der Zeit nachgeholt. Zum Beispiel Ende des 19. Jahrhunderts denke ich an den Philosophen Wilhelm Dilltey und die geisteswissenschaftliche Hermeneutik. Ich denke aber auch an Max Weber, der ja so an der Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert seiner verstehenden Soziologie ein dezidiertes handlungstheoretisches Fundament gegeben hat. Und ich denke an Karl Mannheim, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts die dokumentarische Methode entwickelt hat. Und den wirklichen Beginn der modernen qualitativen Sozialforschung, den würde ich dann allerdings so in den 1920er, 30er Jahren vororten mit den Arbeiten der Chicago School. Das waren seinerzeit ja sehr empiristische, sehr gegenstandsbezogene, sehr spezifische Feldstudien. Und in diese Zeit, 1920er, 30er Jahre, fällt ja auch der erste Meilenstein, den ich heute zusammen mit Ihnen anschauen möchte, nämlich die Studie Die Arbeitslosen von Marienthal. Das wäre also die Idee der heutigen Online-Vorlesung, dass ich Ihnen wesentliche Entwicklungsschritte, eben wesentliche Meilensteine, der Entwicklung qualitativer Sozialforschung anhand dreier klassischer Studien vorstelle, in deren Rahmen jeweils eine spezifische Methode oder ein methodisches Vorgehen entwickelt worden ist. Ich glaube, dass das einerseits einen Vorteil hat, nämlich dass man an der erstmaligen Verwendung einer Methode in besonders prägnanter Weise ja ihre Grundidee oder ihre basalen methodischen Prinzipien erkennen kann. Es hat, das muss man dazu sagen, vielleicht allerdings auch einen Nachteil, nämlich dass natürlich alle drei Methoden, über die ich heute sprechen möchte, seit ihrer ersten Verwendung in diesen Meilenstein-Studien teils entscheidend weiterentwickelt worden sind. Drei Studien also. Die erste, Die Arbeitslosen von Marienthal. Und diese drei Studien möchte ich Ihnen jeweils in mehreren Schritten vorstellen. Ich würde zunächst damit beginnen, Ihnen die Autorinnen und Autoren der jeweiligen Studie vorzustellen. Ja, das halte ich durchaus für wichtig, dass man mitbedenkt, wem man eine bestimmte Methode eigentlich zu verdanken hat oder etwas weniger flapsig formuliert. Ja, also dass man auch die Kontexte, sowohl die historischen als auch die biografischen Kontexte, mitbedenkt, wenn man eine Studie betrachtet. Ich würde Ihnen dann das Erkenntnisinteresse der jeweiligen Studie und die damit zusammenhängenden Forschungsfragen erläutern und mich dann im Weiteren vor allem auf zwei Dinge konzentrieren. Nämlich einerseits natürlich auf die Methoden, die in der jeweiligen Studie entwickelt worden sind. Im Falle von Marienthal haben wir es hier mit etwas zu tun, das die Autorinnen selbst als Soziografie bezeichnen. Und wenn man so will, auf neu soziologisch formuliert, haben wir es zu tun mit einem Mixed Methods Design, in dem quantitative und qualitative Methoden miteinander kombiniert werden. Ich würde Ihnen dann gerne auch jeweils kurz die Untersuchungsergebnisse der jeweiligen Studien skizzieren. Das kann heute natürlich nur sehr holzschnittartig und sehr schlaglichtartig geschehen. Aber gleichwohl ist es ja wichtig, mal zu sehen, was man eigentlich mit einer bestimmten Methode herausfinden kann. Und der andere Punkt, auf den ich bei allen drei Studien gerne näher eingehen möchte, das sind die Güte-Kriterien qualitativer Sozialforschung. Ja, also bestimmte Kriterien, anhand derer man die Qualität einer Studie beurteilen kann. Die Kenntnis dieser Güte-Kriterien halte ich für wichtig. Also einerseits dann, wenn man die Studien anderer Forscherinnen und Forscher liest und kritisch reflektieren möchte, beispielsweise welchen Einfluss ein spezifisches Untersuchungsdesign auf die dann am Ende stehenden Untersuchungsergebnisse hatte. Und andererseits sind diese Güte-Kriterien natürlich auch immer dann wichtig, wenn man selbst forscht, beispielsweise eine Qualifikationsarbeit schreibt, weil sie eben diese Güte-Kriterien einem dann Anhaltspunkte an die Hand geben, was es in forschungspraktischer Hinsicht zu beachten gilt. Die Güte-Kriterien, über die ich im Falle von Marienthal sprechen möchte, das ist einerseits die Gegenstandsangemessenheit, sehr zentrales Güte-Kriterien, auch, glaube ich, ein großes Spezifikum qualitativer Forschungsansätze. Und das andere ist der subjektive Einfluss der Forschenden auf ihren Untersuchungsgegenstand, der ja immer, wenn man so will, ein Problem sozialwissenschaftlicher Forschung ist. Die zweite Studie stammt aus den USA, trägt den Titel Awareness of Dying von Barney Glaser und Anselm Strauss, eine Studie, in der die beiden sich mit sterbenden Patienten in amerikanischen Krankenhäusern beschäftigt haben, inhaltlich, und in deren Kontext sie die Grounded Theory-Methodologie entwickelt haben. Das ist ja eine heute sehr prominente Methode, die häufig verwendet wird in qualitativen Studien. Eigentlich ist sie gar nicht so sehr eine konkrete Methode, sondern eher eine Art Methodologie, also ein Sammelbecken für ganz unterschiedliche methodische Vorgehensweisen. Da gibt es einige, die man so unter diesem Stichwort Grounded Theory subsumieren kann. Zwei davon möchte ich heute rausgreifen, nämlich einmal die Idee des theoretischen Samplings und andererseits das Kodieren. Und die Gütekriterien, die man, glaube ich, gut anhand von Awareness of Dying diskutieren kann, das ist einerseits die empirische Verankerung theoretischer Modelle und andererseits die Limitation. Also die Frage, inwieweit kann ich eigentlich die Untersuchungsergebnisse, die ich anhand eines bestimmten spezifischen Untersuchungsgegenstands herausarbeiten konnte, inwiefern kann ich die zu abstrakteren Modellen generalisieren. Und der dritte Meilenstein, die dritte klassische Studie, über die ich sprechen möchte, die trägt den Titel Psychologie der Krisenbewältigung, eine DFG-Studie aus Deutschland. An der Philipp Meiring damals noch als Doktorand beteiligt war und in deren Kontext die qualitative Inhaltsanalyse entwickelt worden ist. Auch das ist eine sehr prominente Methode, die heute sehr häufig angewandt wird. Auch die ist sehr facettenreich und ich denke, ich kann sie nicht in Gänze und in allen ihren Einzelheiten heute darstellen. Aber auf zwei Dinge möchte ich doch eingehen, die ich für wesentlich halte, wenn es um qualitative Inhaltsanalyse geht. Nämlich, dass es einerseits ihre Fähigkeit, umfangreiches Datenmaterial, mit dem wir es ja häufig bei qualitativer Forschung zu tun haben, also umfangreiches Datenmaterial zu reduzieren, um es überhaupt handhabbar zu machen, um es einer Analyse und Interpretation zugänglich machen zu können. Und andererseits die Fähigkeit der Inhaltsanalyse, dieses umfangreiche Datenmaterial zu strukturieren. Die beiden Gütekriterien, die ich anhand der Inhaltsanalyse diskutieren möchte, ist einerseits, dass man sich ja immer darum bemühen sollte, den Forschungs-, Erhebungs- und Auswertungsprozess transparent zu machen, ihn, wie man so sagt, intersubjektiv nachvollziehbar zu machen. Und andererseits möchte ich die Frage der Offenheit diskutieren, der Offenheit von Forschenden gegenüber neuen und vielleicht auch überraschenden Erkenntnissen im Feld. Denn da wird der Inhaltsanalyse ja häufig vorgeworfen, sie sei aufgrund ihrer Anlage eben nicht hinreichend offen für unerwartete Ergebnisse. Dazu später mehr. Ganz am Ende würde ich diese Gütekriterien dann noch einmal zusammenfassen und abschließend argumentieren, warum ich genau diese drei Studien als zentrale Meilensteine der modernen qualitativen Sozialforschung betrachte. Beginnen wollen wir aber mit diesen dreien hier. Paula Saasfeld, Maria Roder und Hans Zeisel, den Autorinnen der Studie Die Arbeitslosen von Marienthal. Alle drei wurden Anfang des 20. Jahrhunderts in Wien geboren, haben dort studiert, unterschiedliche Fächer. Im Fall von La Saasfeld war es die Mathematik, bei Jahoda war es Pädagogik und Psychologie, bei Hans Zeisel, Recht und Staatswissenschaften. Alle drei haben sich später dann getroffen, auch an der Universität in Wien, an der wirtschaftspsychologischen Forschungsstelle, die La Saasfeld seinerzeit geleitet hat und die auch die Institution war, an der die Studie Die Arbeitslosen von Marienthal angesiedelt waren. Und alle drei, soviel zum relevanten biografischen Kontext, waren jüdischen Glaubens, was in den 1930er Jahren dazu führte, dass alle drei aus Österreich emigrieren mussten. La Saasfeld hat das schon sehr früh, Anfang der 30er Jahre getan, aufgrund guter Kontakte zur Rockefeller Stiftung. Bei Jahoda und Hans Zeisel ist die Immigration deutlich später erfolgt, bei Jahoda auch nicht ohne Zwang, sie war nämlich politisch aktiv bei den, so hieß es damals, revolutionären Sozialisten, wurde deshalb auch kurzfristig inhaftiert, auf internationale Interventionen, aber wieder freigelassen unter der Auflage, dass sie Österreich verlässt. Genauso wie Zeisel ist sie dann nach England und in die USA gegangen, wo sie weiter geforscht und gelehrt hat. La Saasfeld und Jahoda übrigens, auch das noch zum biografischen Kontext, waren zwischenzeitlich miteinander verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter. Ja, worum geht es in dieser wirklich klassischen Studie der qualitativen Sozialforschung? Es geht, wie der Name schon sagt, um Marienthal. Da haben wir es zu tun mit einem kleinen Industriedorf in der Nähe Wiens, in dem zwischen, so zum Jahreswechsel 1929, 1930, ja, auf einen Schlag annähernd der komplette Ort arbeitslos wurde. Es gab nämlich in Marienthal eine Fabrik aus der Textilindustrie, die wurde infolge der Weltwirtschaftskrise geschlossen, sodass die Menschen annähernd das gesamte Dorf, ja, also drei Viertel der knapp 500 Marienthaler Familien, ja, von einem Tag auf den anderen von Arbeitslosigkeit betroffen waren. Nur rund ein Fünftel der Bevölkerung Marientals verfügte nach der Werksschließung noch über ein regelmäßiges Einkommen, das aber, ja, da alle Marienthaler ihre Kaufkraft verloren hatten, dann teilweise auch deutlich unter dem Sozialhilfeniveau lag. Ja, wir haben es in Marienthal zu Beginn des Jahres 1930, also mit einer sehr besonderen Situation zu tun, ja, die tatsächlich sozialwissenschaftlich sehr interessant ist, weil wir es mit so einer Art Laborsituation zu tun haben, ja. Ein kompletter Ort wird plötzlich arbeitslos, ja. Das kann man sich heute eigentlich kaum noch vorstellen, also weil die Welt heute urbanisierter ist, wir haben es weniger mit diesen dörflichen Strukturen zu tun, wie seinerzeit im Marienthal. Wir leben heute in einer globalisierten Welt, in einer pluralisierten, diversifizierten Arbeitswelt, ja, aber damals war es eben so, dass annähernd der gesamte Ort abhängig war von dieser einen Fabrik, die dann geschlossen wurde. Diese Laborsituation hat LaSarsfeld, Jahoda und Zeise sehr interessiert und das Ziel ihrer Studie, das beschreiben sie selbst folgendermaßen, es ging ihnen darum, mit den Mitteln moderner Erhebungsmethoden ein Bild von der psychologischen Situation eines arbeitslosen Ortes zu geben. Es waren uns, schreiben sie, von Anfang an zwei Aufgaben wichtig. Die inhaltliche, nämlich zum Problem der Arbeitslosigkeit Material beizutragen, war ja seinerzeit ein eher neues Phänomen, die Massenarbeitslosigkeit, ja, und die zweite Aufgabe, die methodische, zu versuchen, einen sozialpsychologischen Tatbestand umfassend objektiv darzustellen. Dieses Anliegen war etwas Neues, denn in den 1920er Jahren gab es im Prinzip zwei Quellen sozialwissenschaftlicher Erkenntnis. Das eine, das waren Statistiken und da spreche ich gar nicht so sehr von Statistiken, die aus akademischen Zusammenhängen standen, also nicht so sehr von quantitativer Sozialforschung, sondern ich denke eher an Statistiken aus dem administrativen, politischen Bereich, also so etwas wie Arbeitslosenstatistiken, die gab es einerseits. Und andererseits gab es ein Genre, das sich soziale Reportagen nannte. Ja, das war aber auch kein genuin wissenschaftliches Genre, sondern es war eher ein journalistisches, ja, das auch dadurch sehr subjektiv gefärbt war durch die Sichtweise, ja, durch das Reportieren eines Journalisten oder einer Journalistin. Diese beiden Quellen gab es, ja, und dazwischen klaffte so eine Art Lücke, die die Autorinnen der Marienthal-Studie zu schließen versuchten. Und diesen Versuch, ja, den nennen sie selbst Soziogramm oder wie es im Untertitel des Büchleins genauer heißt, einen soziografischen Versuch, zurückhaltend formuliert, ja. Und sie schreiben, zwischen den nackten Ziffern der offiziellen Statistik und den allen Zufällen ausgesetzten Eindrücken der sozialen Reportage klafft eine Lücke, die auszufüllen Sinn unseres Versuches ist. Was uns vorschwebte, das war eine Methode der Darstellung, die die Verwendung exakten Zahlenmaterials mit dem Sich-Einleben in die Situation verbannt. Und dieser letzte Satz, der gibt ja schon einen Hinweis darauf, dass in erstaunlich selbstverständlicher Art und Weise, also in dieser Marienthal-Studie, quantitative mit qualitativen Daten trianguliert werden, wie man heute so sagen würde. Ja, es wurde also auch das eher neuere Begriff, ein Mixed-Methods-Design gewählt. Das macht Lazarsfeld in seinem Vorwort der Studie auch sehr deutlich, ja. Er schreibt da, es gibt so viel zu tun, dass man nicht seine Zeit mit Methodenstreit vergeuden sollte. Eine integrale Soziologie wird mit allen empirischen und analytischen Mitteln an konkrete Probleme herangehen und dadurch eine realistische Synthese finden. Das finde ich einen wirklich erstaunlichen Satz für den Beginn der 1930er Jahre, weil er auch zeigt, dass diese Grabenkämpfe zwischen quantitative und qualitativer Forschung, die ich durchaus noch kennengelernt habe, als ich angefangen habe zu studieren, ja, dass diese Grabenkämpfe eigentlich erst später ausgehoben wurden, wenn man hier am Beginn moderner qualitativer Sozialforschung beides noch gleichwertig miteinander in Verbindung gebracht hat. Das kleine Büchlein hier, die Studie, das Sie neben mir sehen, das musste übrigens in der ersten Auflage 1933 ohne die Nennung, die Namensnennung der Autorinnen veröffentlicht werden, ja. Dort durfte seinerzeit nur als herausgebende Institution eben diese wirtschaftspsychologische Forschungsstelle stehen und auch das reichte offenbar nicht, denn die Nationalsozialisten haben dann alsbald diese erste Auflage verboten und alle bereits gedruckten Exemplare vernichtet. Ja, mittlerweile aber liegt das Büchlein in der, ich glaube, schon 23. Auflage vor und ich finde es bis heute ein sehr plastisches, sehr lesenswertes kleines Bändchen. Wenn wir mal einen Blick reinwerfen, zunächst auf das Untersuchungsdesign, dann sehen wir ein, ja, ein wirklich interessantes, weil sehr breites Spektrum verwendeter Erhebungsmethoden. Ja, wir sehen also auch ein sehr kreatives, ja, ein sehr pragmatisches, ein sehr originelles, ja, Forschungsdesign. Ganz unterschiedliche Datensorten werden in der Studie berücksichtigt, also auf quantitativer Seite beispielsweise eben besagte Statistiken, sowas wie Bevölkerungsstatistik, Wahlstatistik etc. pp. Es wurden aber auch selbst quantitative Daten erhoben, zum Beispiel hat man Haushalte besucht, Inventarlisten geführt, also geschaut, was besitzen die Arbeitslosen Marientalerinnen eigentlich noch. Man hat Zeitverwendungsbögen von den Arbeitslosen ausfüllen lassen, da schauen wir uns auch gleich ein Beispiel an. Man hat Dokumente analysiert, so würde man das heute nennen, also zum Beispiel die Ausleihbücher der Bibliothek oder die Vereinsregister. Und man hat standardisierte Beobachtungen durchgeführt, auch da schauen wir gleich nochmal ein bisschen genauer rein, weil ich das auch einen von den wirklich originellen Forschungsansätzen innerhalb der Studie finde, nämlich man hat die Gehgeschwindigkeit der Marientaler auf der Dorfstraße gemessen. Und eher so im qualitativen Bereich hat man Tagebücher analysiert, man hat die Schülerinnen und Schüler Aufsätze schreiben lassen, über ihr Leben und ihre Wünsche, das hat man auch mit einem Preisausschreiben verbunden. Und dann hat man viele Veranstaltungen organisiert, bei denen dann Beobachtungen durchgeführt wurden. Also beispielsweise haben die Forscherinnen in Wien Kleiderspenden eingesammelt, die sie dann in Mariental verteilt haben. Sie haben Ärztinnen und Ärzte eingeladen, Sprechstunden in Mariental durchzuführen. Sie haben bestimmte Kurse zur Erziehungsberatung, zum Schnittzeichnen etc. pp. organisiert. Und schließlich haben sie Interviews geführt. Und zwar einerseits Interviews, die ich heute wohl Experteninterviews nennen würde, also Interviews zum Beispiel mit dem örtlichen Lehrer, mit dem Pfarrer, mit dem Bürgermeister etc. pp. Und sie haben ausführliche, biografische Interviews geführt mit den arbeitslosen Marientaler. Ja, und da rausgekommen sind, ist eine Interviewform, die ich heute vermutlich narratives Interview nennen würde. Ja, und wenn ich das so alles in Gänze anschaue, dann habe ich eben gesagt, also die Autorin selbst nennen, dass Soziografie, heute würde man vermutlich sagen, das ist ein ethnografisches Untersuchungsdesign, also eines, in dem neben spezifischen originellen Methoden vor allen Dingen Beobachtungen durchgeführt werden, teils ad hoc kombiniert mit Interviews. Und wenn wir jetzt mal in die Daten reinschauen, die durch diese Methoden erhoben worden sind, dann spricht Lazar's Feld von drei überraschenden Beobachtungen, die ihm besonders aufgefallen sind im Kontext der Studie. Nämlich einerseits, dass die Arbeitslosen von Marienthal, obwohl sie durch ihre Arbeitslosigkeit ja nun mehr Zeit hatten, dass sie trotzdem weniger aktiv waren. Ja, also sie haben zum Beispiel seltener die Bibliothek besucht und sich dort Bücher ausgeliehen, obwohl sie, so könnte man sagen, nun ja mehr Zeit zum Lesen gehabt hätten. Ja, sie waren auch weniger aktiv in Vereinen, im Turn- und Gesangsverein. Da sank beispielsweise um die Werksschließung herum die Zahl der Mitglieder um die Hälfte. Ja, und obwohl die Arbeitslosen von Marienthal natürlich unter ihrer schlechten ökonomischen Situation gelitten haben, ja, waren sie weniger politisch engagiert, hat Lazar's Feld beobachtet. Das machte er zum Beispiel daran fest, dass weniger Menschen die Arbeiterzeitung abonniert haben. Ja, um 60 Prozent ist die Quote da zwischen 1927 und 1930 eingebrochen. Auch die Zahl der Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei ist zurückgegangen. Und drittens hat Lazar's Feld auch für ihn überraschend beobachtet, ja, dass die Arbeitslosen selbst weniger Versuche unternommen haben, in anderen Orten neue Arbeit zu finden, als es diejenigen getan haben, die auch in Marienthal eigentlich noch Arbeit gehabt hätten. Und ein Schlaglicht, was wir vielleicht mal werfen könnten, wo man, glaube ich, nochmal so dieses triangulative Forschungsdesign, ja, diesen Blick auf einen Aspekt aus mehreren Richtungen gut sehen kann, das sind die Essgewohnheiten der Marienthaler. Ja, also die wurden einerseits standardisiert, erfasst, in Form statistischer Kennzahlen. Also man hatte zum Beispiel festgestellt, dass am Tag vor der Auszahlung der Arbeitslosenunterstützung, ja, weniger als 50 Prozent der Schulkinder ein ausreichendes Frühstück mit in die Schule bekommen haben. Und am Tag nach der Auszahlung der Arbeitslosenunterstützung waren es dann wieder 95 Prozent der Kinder. Ja, die Essgewohnheiten wurden aber auch in den Interviews thematisiert. Also da habe ich Ihnen mal ein, ja, ein vielleicht sehr drastisches, sehr beeindruckendes Zitat mitgebracht aus dem Interview mit einem arbeitslosen Marienthaler. Der erzählt, immer wieder verschwinden Katzen. Die Katze von Herrn H. ist erst vor wenigen Tagen verschwunden. Katzenfleisch ist sehr gut. Auch Hunde werden gegessen. Erst vor wenigen Tagen bekam ein Mann von einem Bauern einen Hund geschenkt, unter der Bedingung, dass er ihn schmerzlos erschlägt. Und schließlich wurden in puncto Essgewohnheiten auch Speise- und Budgetpläne zusammengestellt in den besuchten Haushalten. Ein Punkt, wo ich eben schon mal darauf hingewiesen hatte, den ich sehr kreativ finde als Forschungsmethode, das ist die Messung der G-Geschwindigkeit. Also es gab in Marienthal eine kleine Dorfstraße, ja, also die war vielleicht 100 Meter lang, ja, nicht länger. Und da hat man also einerseits geschaut mit der Stoppuhr, wie schnell die Menschen sich auf dieser Straße bewegen. Und man hat gezählt, wie oft sie auf diesen 100 Metern stehen bleiben, ja. Und das ist zum Beispiel hier in dieser Tabelle aufgelistet, ja. Und da sieht man, dass nun 39 Männer, ja, auf dieser kleinen Dorfstraße dreimal oder sogar noch öfter stehen geblieben sind, als sie sie entlang gegangen sind, ja. Und nur sechs Männer sind die Straße zügig gegangen, ohne stehen zu bleiben. Ja, und die Lage sieht bei Frauen dann interessanterweise ganz anders aus. Also hier gibt es nur wenige, die oft stehen bleiben und der große Teil bleibt keinmal oder nur einmal stehen. Und daraus folgern die Autorinnen, dass die Lebenswelt der Arbeitslosigkeit, also sich für Frauen anders darstellt als für Männer, ja, weil Frauen noch stärker in dieser Zeit eingebunden sind in die Familienpflichten, was ihnen auch einen gewissen Lebenssinn gibt, ja, und eine Aufgabe, die sie zu erfüllen haben, sodass sie weniger stark abgleiten, ja, in so ein selbst als sinnlos wahrgenommenes Leben wie die männlichen Arbeitslosen. Überhaupt sind diese Gender-Aspekte nicht uninteressant in der Marienthal-Studie, weil es immer wieder um geschlechtsspezifische Unterschiede geht, was durchaus ja eine neue, ja, Perspektive ist in den 1920er, 1930er Jahren. Und auch Maria Hoders Rolle darf man dabei sicherlich nicht unterschätzen, also die diese Perspektive mit eingebracht hat und die überhaupt ja sehr zentral an der Studie beteiligt war, in den 1920er, 30er Jahren als weibliche Forscherin, ja, also auch das eine Besonderheit. Und man munkelt gar, dass sie es eigentlich war, die diese Studie am Ende wirklich auch geschrieben hat. Ein Beispiel aus den Daten möchte ich Ihnen noch kurz zeigen, nämlich diese besagten Zeiterfassungsbögen. Ja, also man hat den Arbeitslosen Tabellen an die Hand gegeben, in der sie für jede Stunde des Tages eintragen sollten, was sie in dieser Stunde getan haben. Das sollten sie wohlgemerkt erschöpfend machen, also sie sollten alles aufschreiben, was sie getan haben. Und wenn man diese Zeiterfassungsbögen so liest, dann finde ich die auch sehr beeindruckend. Also zum Beispiel dieser Arbeitslose hier schreibt in der 6-Uhr-Stunde, stehe ich auf, 7 Uhr wecke ich die Buben, da sie in die Schule müssen, 8 Uhr, wenn sie fort sind, gehe ich zum Schuppen, bringe Holz und Wasser herauf, 9 Uhr, wenn ich hinaufkomme, fragt mich meine Frau, was sie kochen soll. Um dieser Frage zu entgehen, gehe ich in die Au. 10 Uhr, einstweilen wird es Mittag, 11 Uhr, nichts, 12 Uhr, nichts, 1 Uhr wird gegessen, da die Kinder aus der Schule kommen, nach dem Essen die Zeitung durchgesehen, bin hinuntergegangen, zum Kaufmann gegangen, und so weiter und so fort. Also ein wirklich recht inaktiver Tag der Arbeitslosigkeit. Und dieses Zitat, was Sie in der 10-Uhr-Stunde sehen übrigens, einstweilen wird es Mittag, das ist der Titel eines Films geworden, den Karin Brandauer Ende der 80er Jahre gedreht hat, und nicht nur über Marienthal, sondern auch über diese Studie. Das macht diesen Film, finde ich, sehr interessant, weil ich nur wenige Beispiele davon für Filme kenne, die sich nicht nur mit einem Forschungsgegenstand beschäftigen, sondern auch mit dem Forschungsalltag der Forschenden. Also wir sehen hier richtig, Yahoda und Zeise, wie sie in Marienthal die Daten erheben und in welche schwierigen Situationen, auch in welche Konflikte sie dabei geraten. Also durchaus ein sehenswerter Film, einstweilen wird es Mittag. Wenn wir einen kurzen Blick werfen auf die Untersuchungsergebnisse, die jetzt aus der Zusammenschau all dieser und noch deutlich mehr Daten entstanden sind, dann haben wir es im Fall von Marienthal zu tun mit einer Typologie. Das ist ja eine sehr häufige Form des Ergebnisses, eine sehr häufige Form des theoretischen Modells, das aus einer qualitativen Studie entsteht. Und im Fall von Marienthal haben die Forschenden also vier Haltungsgruppen von Arbeitslosen, wie sie das nennen, voneinander abgegrenzt. Nämlich einerseits die Resignierten, ja, die beschreiben sie mit folgenden Worten, das gleichmütig Erwartungslose dahin leben, die Einstellung, man kann ja doch nichts gegen die Arbeitslosigkeit machen, dabei eine relativ ruhige Stimmung, sogar immer wieder auftauchende heitere Augenblicksfreude, verbunden mit dem Verzicht auf eine Zukunft, die nicht einmal mehr in der Fantasie als Plan eine Rolle spielt. Die zweite Gruppe, die sogenannten Ungebrochenen, ja, ihre Haushaltsführung ist genauso geordnet wie die der Resignierten, aber ihre Bedürfnisse sind weniger reduziert, ihr Horizont ist weiter, ihre Energie ist größer. Die Verzweifelten. Diese Menschen sind völlig verzweifelt und nach dieser Grundstimmung erhielt die Verhaltensgruppe ihren Namen. Wie die Ungebrochenen und Resignierten halten auch sie in ihrem Haushalt noch Ordnung, pflegen auch sie ihre Kinder. Und schließlich die Apathischen. Mit apathischer Indolenz lässt man den Dingen ihren Lauf, ohne den Versuch zu machen, etwas vor dem Verfall zu retten. Das Hauptkriterium für diese Haltung ist das energielose, tatenlose Zusehen. Wohnung und Kinder sind unsauber und ungepflegt. Die Stimmung ist nicht verzweifelt, sondern indolent. Wenn ich gesagt habe, also eine Typologie an sich ist eine häufige Ergebnisform qualitativer Studien, so fallen zwei Besonderheiten hier auf. Nämlich einerseits, dass quantifiziert wird, also dass man angibt, wie groß eine Gruppe prozentual ist. Das geschieht eher selten, muss man vielleicht auch kritisch unterfragen, bei den für qualitative Forschung ja typischerweise eher kleinen Samples. Das andere ist, dass wir es hier genau genommen ja nicht nur mit einem Nebeneinander verschiedener Haltungsgruppen zu tun haben, sondern dass diese Typologie auch einen Prozess beschreibt. Einen Prozess der Folgen von Arbeitslosigkeit. Nämlich von den Ungebrochenen über die Resignierten, über die Verzweifelten bis hin zu den Apathischen. Das ist also, wenn Sie mich fragen, das zentrale Ergebnis der Studie neben vielen weiteren Beobachtungen und weiteren Ergebnissen. Und wenn man sich jetzt mal die Frage stellt, was ist mit den Gütekriterien bei der Marienthal-Studie, dann fällt mir als erstes die Gegenstandsangemessenheit auf. Das ist vielleicht ein zentrales Merkmal qualitativer Forschung, dass sie versucht, ihr Forschungsdesign an ihren Gegenstand anzupassen. Das ist ja ein großer Unterschied zu quantitativer Forschung. Jörg Strübing spricht deshalb von einer Umkehr des Verhältnisses von Forschungsgegenstand und Forschungsmethode. Denn wenn Sie schon einmal einen standardisierten Befragebogen in einer quantitativen Studie ausgefüllt haben, dann wissen Sie ja, also da sind die Fragebogenfragen, die sind einfach so formuliert, wie sie sind. Und Sie haben auch nur die Möglichkeit, die Antwortfelder, die es da gibt, anzukreuzen. Ja, das heißt, natürlich aus gutem Grund, ich werde das nicht im Grundsatz kritisieren, ist es so, dass in quantitativer Forschung natürlich, man versucht, möglichst gelungen, ja, den Forschungsgegenstand einzupassen in sein Untersuchungsdesign. Und da geht man in qualitativer Forschung eben den umgekehrten Weg. Ja, so dass man sich darum bemüht, ja, seine Methodik derart anzupassen, dass sie dem Untersuchungsgegenstand angemessen ist, also dass sie ihn erfassen kann und dass sie dazu in der Lage ist, die Forschungsfrage auch wirklich zu beantworten. Ja, Sie müssen also, wenn Sie qualitativ forschen wollen, nicht so sehr ein stures Analyse-Schema abarbeiten, sondern Sie müssen immer wieder schauen, dass Sie einzelne Methoden oder einzelne Punkte Ihres methodischen Designs, ja, anpassen und so verfeinern, dass das Design eben in der Lage ist, Ihre Forschungsfrage zu beantworten und dabei den Gegenstand nicht zu verfälschen. Apropos Beeinflussung des Gegenstands, ein anderes Kriterium, was man, glaube ich, ein bisschen kritisch sehen muss bei der Marienthal-Studie, das ist die reflektierte Subjektivität. Ja, es ist ja eine Besonderheit der empirischen Sozialforschung, dass wir nicht wie Naturwissenschaftler es tun, Experimente durchführen können, in denen wir alle Bedingungen kontrollieren können und in denen wir selbst nahezu ausschließen können, dass wir durch unsere Forschung selbst Einfluss nehmen auf das Experiment. das ist bei uns nicht so, sondern wir sind natürlich mittendrin, wenn wir eine teilnehmende Beobachtung durchführen, also wenn wir eine soziale Gruppe besuchen und die Interaktionen dort beobachten oder wenn wir jemanden interviewen, dann nehmen wir natürlich per se Einfluss auf unseren Untersuchungsgegenstand. Da kommt man auch nicht drum rum, denn auch als Forschende sind wir Menschen und Teil der sozialen Welt, die wir beforschen, aber es gilt während des gesamten qualitativen Forschungsprozesses natürlich, dass man sich immer fragen muss, wie groß ist mein Einfluss auf die Untersuchungsergebnisse? Also ist es so, dass die Gruppe sich anders verhält, nur weil ich sie beobachte? Ist es so, dass meine Interviewpartnerin in bestimmter Weise meine Fragen beantwortet, einfach weil ich da bin oder weil ich die Frage in einer bestimmten Art und Weise stelle? Ja, man sollte sich also permanent selbst beobachten als qualitative Forscherin oder qualitative Forschung. Ja, man muss sehen, ob man zu viel Distanz zum Untersuchungsgegenstand hat, den dadurch gar nicht verstehen kann, oder ob man zu nah dran ist, ja, going native nennt man das, ja, also ob man so sehr involviert ist in das Forschungsfeld, dass man keine analytische Distanz mehr wahren kann. Das ist sicherlich ein Problem der Marienthal-Studie, also weil da dieses soziale Engagement mit rein spielt, diese Kleidersammlungen, ja, diese Veranstaltung von Schnittzeichen, Kursen etc. pp. Ja, im Fall von Marienthal hat man das übrigens versucht zu lösen, indem die Forschende zwischenzeitlich immer wieder nach Wien gefahren sind und Supervisionen durchgeführt haben. Man muss sich auch während des Forschungsprozesses beständig fragen, ja, ob man eigentlich die persönlichen Voraussetzungen erfüllt, ja, um in einem bestimmten Feld zu forschen und das ist eine Problematik, die man sehr schön in diesem besagten Film sehen kann, einstweilen wird es Mittag, denn man muss doch sagen, dass für die Forscherinnen ja diese Lebenswelt von Marienthal eine völlig fremde Welt war, ja, wo man sich auch fragen musste, also können diese studierten Menschen aus Wien ja eigentlich die Lebenswelt der Arbeitslosen von Marienthal wirklich verstehen, ja, sowas gilt es zu reflektieren, also spätestens dann, wenn Konflikte auftreten, dass es in Marienthal durchaus passiert, ja, und ein dritter wichtiger Punkt der reflektierten Subjektivität, ja, oder worum es eigentlich ja geht, ist immer dann, wenn ich qualitativ forsche, auch wenn ich quantitativ forsche, denke ich, brauche ich Vertrauen, ja, bei meinem, ja, man sagt immer so Forschungsgegenstand, ne, also bei den Menschen, die ich beobachte oder die ich interviewe, brauche ich Vertrauen, damit sie sich mir öffnen und in Interviews berichten und bei Beobachtungen eben so agieren, wie sie auch ohne Beobachtung agieren würden. Das wiederum haben die in Marienthal Forschenden meiner Einschätzung nach gut gelöst durch das soziale Engagement, denn eben diese Kleiderspendung, Spendenaktionen, diese Ärztesprechstunden etc. pp., die haben großes Vertrauen bei den Marienthalern geschaffen. Ja, und damit zum zweiten Meilenstein der qualitativen Sozialforschung und zu diesen beiden hier, Barney Glazer und Anselm Strauß, beide aus den USA, haben in San Francisco zusammengelehrt und geforscht und zwar in einer Studie, die motiviert wurde durch ein persönliches Erkenntnisinteresse. Ja, das ist ja auch sehr häufig so, dass man irgendwie aus persönlichen Gründen auf einen Forschungsgegenstand stößt, der einen interessiert und wo man dann ein bisschen genauer, ein bisschen systematischer, eben wissenschaftlicher hinschauen möchte. Im Fall von diesen beiden war es so, dass in kurzer Zeit Strauß Mutter und Glazers Vater gestorben waren, sodass sie sich für dieses Thema Tod und Sterben interessiert haben, vor allen Dingen in Kombination mit einer Beobachtung, die sie gemacht haben, nämlich, dass seit den 1950er, 60er Jahren es zu so etwas kommt, wie einer Hospitalisierung des Sterbens, dass die Menschen also plötzlich in immer größerer Zahl in Krankenhäusern sterben. Das war seinerzeit ja ein eher neues Phänomen. Das hat also ihr Interesse geweckt, weshalb sie eine Studie gemeinsam durchgeführt haben, die den Titel trägt Hospital Personal Nursing Care and Dying Patients und in der es ihnen vielleicht so um drei Ebenen von Forschungsfragen ging. Einerseits ging es ihnen darum, herauszuarbeiten, wie die Protagonisten in den Krankenhäusern eigentlich handeln, also vor allen Dingen die Ärztinnen und das Pflegepersonal. Es ging ihnen um die Interaktionen zwischen den verschiedenen Gruppen, insbesondere um die Interaktion mit sterbenden Patienten und mit Angehörigen und es ging ihnen darum, die Strategien zu rekonstruieren, die die beteiligten Akteure verfolgen. Erste Ebene, die Handlungsebene. Die zweite Ebene, die Glaser und Strauss interessiert hat, war eine strukturelle Ebene. Sie haben sich nämlich gefragt, also welche strukturellen Bedingungen sind es eigentlich, die diese zu beobachtenden Interaktionen beeinflussen und die dritte Frage, die sie sich gestellt haben, ja, also welche Folgen haben die beobachteten Interaktionsmechanismen? Ja, also dieser Dreiklang von Handeln, Struktur und Konsequenz, ja, das ist etwas, was sich eigentlich so durch die gesamte Grounded Theory Methodologie zieht und was wir gleich auch nochmal sehen werden. Aber beginnen wir vorne, nämlich damit, wie Glaser und Strauss das gemacht haben. Sie haben Feldstudien durchgeführt, ja, in sechs Krankenhäusern der Region San Francisco über einen Zeitraum von drei Jahren und in diesen Krankenhäusern haben sie eben auch wieder in ethnografischer Manier, also einerseits teilnehmende Beobachtungen durchgeführt und zwar auf solchen Krankenhausstationen, in denen Sterben besonders häufig vorkommt oder vielleicht vorkam jetzt im ersten Fall, ja, nämlich auf frühgeborenen Stationen, auf Krebsstationen und auf Intensivstationen ja und sie haben auf diesen Stationen dann eben auch Interviews geführt, nämlich mit den Sterbenden selbst, mit ihren Angehörigen und mit den Professionellen, also den Ärzten und den Pflegekräften. Soweit also das gegenstandsbezogene Interesse. Für unsere Zwecke noch wichtiger ist allerdings vielleicht, dass dieser Studie auch ein methodologisches Interesse zugrunde lag. Auch hier ging es, wenn man so will, darum, eine Lücke zu schließen. Denn die, sagen wir mal, soziologische Situation in dieser Zeit, USA, 1950er, 60er Jahre war so, dass es eigentlich zwei Lager von Soziologinnen und Soziologen gab. Ja, also einerseits nämlich diejenigen, denen es darum ging, Theorie zu entwickeln, ja, Sozial- und Gesellschaftstheorie zu entwickeln und diese Theorie dann deduktiv anzuwenden auf beobachtbare empirische Phänomene. Das war das eine Lager. Ja, und das andere Lager, das waren empirisch Forschende, also zum Beispiel die Forscherinnen und Forscher der Chicago School, den es aber eben wenig darum ging, aus ihren Forschungsergebnissen heraus theoretische Modelle zu abstrahieren. Ja, und genau das wollten Glazer und Strauss miteinander verbinden und haben deswegen für eine empirisch begründete Theoriebildung plädiert. Ja, Sie selbst beschreiben das mit folgenden Worten, die übrigens aus dem Buch The Discovery of Grounded Theory stammen. Also Sie haben nicht nur eine inhaltliche Publikation der Studie veröffentlicht, dieses Awareness of Dying Buch, sondern Sie haben auch eine methodische Publikation veröffentlicht, nämlich The Discovery of Grounded Theory hat bis heute einen großen Stellenwert und wird gelegentlich auch so als Manifest der qualitativen Sozialforschung beschrieben. Und dort schreiben Sie dann, unser Buch zielt darauf ab, die Fähigkeiten von Sozialwissenschaftlern zu verbessern, Theorie zu generieren, die für ihre Forschung relevant ist. Wir plädieren in unserem Buch dafür, Theorie auf die Sozialforschung selbst zu gründen, sie aus den Daten zu generieren. Wir haben diese Position mit der allgemeinen Methode komparative Analyse sowie mit verschiedenen auf die Generierung von Grounded Theory abgestellten Verfahrensweisen verbunden. Also Grounded Theory, also empirisch begründete Theorie. Ein gänzlich neuer Ansatz und deswegen, wenn Sie mich fragen, auf jeden Fall ein Meilenstein für die qualitative Sozialforschung. Ich habe einleitend ja schon gesagt, es gibt jetzt innerhalb der Grounded Theory Methodologie oder innerhalb dieses Ziels empirisch begründete Theorie zu entwerfen, verschiedene konkrete methodische Vorgehensweisen, ja, nämlich das theoretische Sampling und das Kodieren, die gucken wir uns gleich an. Vorher müssen wir allerdings eine Frage noch kurz thematisieren, die auch ganz wesentlich ist, glaube ich, für die Grounded Theory, nämlich die Frage der theoretischen Sensibilität. die auch hier in diesem Zitat schon so ein bisschen getriggert wird. Was ist damit gemeint? Es geht eigentlich um die Rolle des Vorwissens, das ich mitbringe, wenn ich als Forscher oder als Forscherin ins Feld man sich bemühen sollte, wenn man eine empirisch begründete Theoriebildung machen will, dass man eben völlig ohne Vorwissen ins Feld gehen solle, ja, also stellen wir uns mal ganz dumm und fangen an zu forschen, ja, damit man eben keine vorgefertigten Scheuklappen aufhat, die dann den Forschungsblick irgendwie einengen, ja, das ist natürlich plausibel, aber gleichzeitig weltfremd vermutlich, denn völlig ohne Vorwissen ins Feld zu gehen, kann ich mir aus der Forschungspraxis überhaupt nicht vorstellen, natürlich ist es ja so, dass wir alle, wenn wir jetzt in einem Krankenhaus forschen wollen, dann haben wir schon sozusagen von Hause aus, ja, also weil wir selber mal in einem Krankenhaus gelegen haben, ja, oder weil wir jemanden besucht haben, da haben wir eine gewisse Vorstellung von Strukturen, von Funktionsweisen, auch von den Berufsgruppen innerhalb der Organisation Krankenhaus, ja, dass wir es überhaupt Organisationen nennen, ja, das hängt ja vielleicht damit zusammen, dass wir irgendwann mal Soziologie studiert haben und von daher schon einen sehr spezifischen Blick auf soziale Welt haben, etc., pp., ja, das, wir können es also gar nicht schaffen, denke ich, ohne Vorwissen ins Feld sollten uns deswegen darum bemühen, auch die Vorteile dieses Vorwissens zu sehen und die beschreibt Strauss hier jetzt zusammen mit Juliette Corbin als theoretische Sensibilität und damit meinen sie die Fähigkeit zu erkennen, was in den Daten wichtig ist und dem einen Sinn zu geben. Theoretische Sensibilität hat zwei Quellen. Einerseits kommt sie daher, dass man sich in der Fachliteratur gut auskennt und auch aus professioneller und persönlicher Erfahrung. Andererseits wird theoretische Sensibilität auch während des Forschungsprozesses durch die kontinuierliche Auseinandersetzung mit den Daten erworben. Das heißt, je mehr ich über einen Gegenstand weiß, desto sensibler bin ich dafür, in den Daten relevante Aspekte zu erkennen. das ist die positive Seite des Vorwissens, die allerdings eben nicht dazu führen darf, das wäre die negative Seite, dass ich schon ins Feld gehe, mit einer allzu hohen Erwartung an ein bestimmtes Ergebnis, also mit gewissen theoretischen Scheuklappen, die meinen Blick einengen. Das darf nicht passieren. Und wenn man ins Feld geht, dann geht es ja zunächst darum, Fälle auszuwählen, Sampling zu betreiben, auch später, wenn man die Daten hat, geht es darum, also innerhalb der Daten diejenigen auszuwählen, die man vertieft analysieren will, auch das würde zum Sampling zählen. Und dieses Sampling verläuft im Sinne der Grounded Theory oder überhaupt in der qualitativen Sozialforschung doch anders, als man es vielleicht aus quantitativen Studien kennt. In quantitativen Studien habe ich ja einen recht linearen, auch recht klaren Forschungsprozess, was große Vorteile haben kann. Also ich operationalisiere meine Forschungsfrage zu einem Erhebungsinstrument, dann bestimme ich die Grundgesamtheit, ich ziehe eine repräsentative Zufallsstichprobe, ich erhebe Daten, ich führe statistische Verfahren durch, also grob habe ich diesen linearen Forschungsprozess. Einen qualitativen haben wir es jetzt aber zu tun mit etwas, was Gläser und Strauss theoretisches Sampling nennen. Das ist ein Forschungsprozess, in dem sich Datenerhebung, Datenauswertung, Dateninterpretation immer wieder miteinander abwechseln. Ich will Ihnen das mal an einem Beispiel erläutern. Ein Kollege und ich haben mal zum Pilgern geforscht. Wir sind also auf den Jakobsweg gegangen und haben da Interviews durchgeführt mit Pilgerinnen und Pilgern. Und dann fängt man ja, wenn man so auf dem Jakobsweg ist, an mit einem ersten Interview, mit dem Fall eins. Und nehmen wir an, da hat man eine Frau interviewt, die uns mehr oder minder explizit erzählt, dass sie auf den Jakobsweg gekommen ist, weil ihr Vater gestorben ist und sie das sehr belastet hat. Und dann führt man dieses Interview und unmittelbar danach würde man also zu Beginn das Interview zu transkribieren und auszuwerten. Man würde das also herausarbeiten, okay, also offenbar ist der Tod des Vaters einer der Gründe, warum diese Frau gepilgert ist. Und man fängt dann an, also theoretische Überlegungen anzustrengen, also zu abstrahieren und kommt vielleicht in diesem Interpretationsprozess auf die Idee, okay, also vielleicht sind es ja Lebenskrisen, die die Menschen zum Pilgern bringen. Und dann würde man auf Basis dieser Überlegung den nächsten Fall auswählen und zwar zunächst einen ähnlichen, aber doch anderen Fall. Man würde einen minimalen Vergleich anstrengen, wie man das in der qualitativen Sozialforschung nennt. Ja, also jetzt würde man zum Beispiel jemanden suchen, wo nicht der Vater gestorben ist, aber vielleicht jemanden, der kürzlich von seiner Frau verlassen wurde und deswegen in eine Lebenskrise geraten ist. Ja, auch diesen Fall würde man erheben, auswerten und dann abstrahieren in dem Sinne, dass man nun versucht, diesen Pilgertypus Lebenskrise zu abstrahieren vom konkreten Fall Tod des Vaters hin zu den allgemeinen Merkmale einer Lebenskrise, die eine Pilgerschaft zu initiieren vermag. Das würde man so lange tun, bis man für sich diesen ersten Typus Krisenpilger festgezohrt hat. Und dann würde man auch auf Basis dieses beginnenden theoretischen Modells den nächsten Fall auswählen und zwar jetzt einen völlig anderen Fall. Man würde jetzt vom Minimalen in den maximalen Vergleich wechseln und versuchen, einen Pilger zu interviewen, der nun so gar keine Lebenskrise hat. Beispielsweise ein Schüler, der nach seinem Abitur pilgert. Wenn man diese Daten auswertet und interpretiert, dann kommt man vielleicht so auf die Idee, okay, vielleicht gehen die Leute auch in so biografischen Übergangsphasen pilgern, eben nach der Schule vor dem Studium. Und dann würde man auf dieser Basis wiederum einen minimalen Vergleich machen und versuchen, einen anderen Pilger zu interviewen, der auch an so einem biografischen Übergang steht, aber jetzt vielleicht nicht von der Schule ins Studium, sondern vielleicht am Ende seines Berufslebens beim Übergang in die Rente und würde dann versuchen, diesen Typus Übergangspilger, könnte man ihn vielleicht nennen, festzuzurren. Und so weiter und so weiter. Bis man an einen Punkt kommt, den Glaser und Strauss in der Grounded Theory als theoretische Sättigung beschreiben. Also den Punkt, an dem man als Forschender merkt, durch neue Daten kann ich keine grundsätzlich neuen Erkenntnisse mehr gewinnen. Sondern ich höre in neuen Fällen eigentlich immer nur neue Spielarten der Typen, in unserem Fall jetzt der Pilgertypen, die ich bereits auf Basis der analysierten Fälle entwickelt habe. Das beschreiben sie als theoretische Sättigung und wenn man an diesem Punkt ist, dann hat man eben eine empirisch begründete Theorie entwickelt, durch theoretisches Sampling, eben eine Grounded Theory. Und wie man das jetzt konkret macht, also wie man konkret Daten auswertet, dazu gibt es innerhalb der Grounded Theory Methodologie einige Ansätze. Ich denke, der zentrale ist das Codieren, also dass man hingeht und jetzt zum Beispiel ein Interview Transkript hat und dass man dieses Interview Transkript Satz für Satz durchgeht und diese Sätze mit abstrakteren Codes versieht. Also beispielsweise hatte die Frau ja erzählt, im März ist mein Vater gestorben, dann würde man einen Code bilden, Tod des Vaters vor drei Monaten. dann hat vielleicht jemand anders, ein anderer Pilger erzählt, ja, im Dezember ist meine Schwester gestorben, könnte ein Code sein, Tod der Schwester vor sechs Monaten, ja, und dann würde man hingehen und versuchen, diese Codes immer weiter zu abstrahieren, hin zu Kategorien, die dann vielleicht am Ende lauten, ja, Tod eines nahen Angehörigen innerhalb der letzten zwölf Monate. Das könnte eine Kategorie sein, in der man Detailinformationen aufgegeben hat, nämlich, dass es im einen Fall der Vater, im anderen die Schwester war, dass es einmal vor drei Monaten, einmal vor sechs Monaten war, und dafür nun aber eine abstraktere Analysekategorie gewonnen hat, durch diesen ersten Schritt des sogenannten offenen Codierens. In einem zweiten Schritt würde es dann darum gehen, diese so gewonnenen Kategorien miteinander in Verbindung zu setzen. Und zwar deshalb, weil es anhand so einer Achse verläuft, in deren Mitte man nun ein bestimmtes Phänomen setzt und dann versucht, die anderen Kategorien da drumherum zu gruppieren, und zwar einerseits die ursächlichen Bedingungen für dieses Phänomen, die Handlungsstrategien, die die Akteure gewählt haben, um mit diesem Phänomen umzugehen, und die Konsequenzen, die daraus gefolgt sind. Und das würde man in Verbindung mit bestimmten Kontextbedingungen, in denen das alles stattgefunden hat. Und da sind wieder diese drei Analyseebenen, die ganz zentral sind für die Grounded Theory, nämlich das Handeln, die Konsequenzen und die Strukturen. Das klingt vielleicht noch ein bisschen abstrakt, ich zeige Ihnen gleich ein Beispiel für so ein Kodierparadigma nennt man das, also dieses Schema hier, aus der Awareness of Dying Studie. Zuvor müssen wir allerdings auf zwei Ergebnisse schauen, der Studie. Das eine ist eine interessante Beobachtung, nämlich, dass Glaser und Strauss in ihrer Studie beobachten, dass das Krankenhaus Personal latent den sozialen Verlust bewertet, den der Tod eines Patienten, einer Patientin mutmaßlich mit sich bringt. Es wird also latent überlegt, welche Auswirkungen wird das auf das soziale Umfeld haben, wenn der oder die bald verstirbt. Und Sie beobachten, dass das Handeln, also der Umgang des Krankenhaus Personals mit den Patientinnen und Patienten davon abhängig gemacht wird, wie hoch dieser soziale Verlust kalkuliert wird. Sie beobachten beispielsweise, dass sogenannte VIP-Patienten auf Intensivstationen eine andere Behandlung erfahren. Oder Sie beobachten, dass Farbige in Notaufnahmen schlechter behandelt werden als Weiße. Und das meinen sie mit Kalkulation des sozialen Verlustes. Und sie entwickeln erneut eine Typologie, diesmal eine Typologie von den sogenannten Bewusstheitskontexten Sterbender. Sie beobachten nämlich einerseits gibt es das, was sie geschlossenen Bewusstheitskontext nennen. Also in diesem Fall sind die Patientinnen ahnungslos, wissen nicht von ihrem bevorstehenden Tod. Es gibt den argwöhnischen Bewusstheitskontext. Hier haben die Patientinnen den Verdacht, dass sie bald sterben werden, sind sich aber nicht sicher. Es gibt den Bewusstheitskontext der wechselseitigen Täuschung. Also hier wissen eigentlich alle weiß, dass die Patienten sterben werden, aber sie sprechen nicht miteinander drüber. Und die vierte logische Möglichkeit dieser Matrix ist dann der offene Bewusstheitskontext, in dem alle über den bevorstehenden Tod Bescheid wissen und offen miteinander darüber sprechen und offen damit umgehen. Und diese Bewusstheitskontexte, die stellen Gläser und Strauss jetzt auch in Form von Codierparadigma da. Also wenn wir zum Beispiel mal diesen geschlossenen Bewusstheitskontext nehmen, in dem die Patientinnen und Patienten nichts ahnen von ihrem bevorstehenden Tod, dann identifizieren sie Ursachen dafür, nämlich dass die Patientinnen selbst ihren medizinischen Zustand ja nicht einschätzen können und dass das Personal und auch die Angehörigen die Patienten eben nicht aufklären. Ja, sie sehen da klare Handlungsstrategien, etwas, was sie als Verschwiegenheitsspiel von Krankenhauspersonal und von Angehörigen bezeichnen, also dass Gespräche abgebrochen werden, dass man es vermeidet, über die Zukunft zu sprechen, etc. pp. Das bleibt nicht ohne Folgen. Als Konsequenzen des geschlossenen Bewusstheitskontexts identifizieren sie, dass die Patienten sich eben nicht auf den Tod vorbereiten können und dass die Situation durchaus auch für Personal und Angehörige belastend ist. Dass sie also dieses Verschwiegenheitsspiel unter hoher Energie und psychischer Belastung spielen müssen. Und die strukturellen Bedingungen dieses geschlossenen Bewusstheitskontext ist dann unter anderem, dass zum Beispiel die Krankenakten getrennt von den Patienten aufbewahrt werden, sodass die sie nicht einsehen können und dass die Gespräche des Personals hinter verschlossenen Türen stattfinden. Das wäre also so ein Beispiel für eine Anwendung des Codierparadigmas in der Studie Awareness of Dying. Und wenn wir auf Gütekriterien schauen, dann ist es so, dass diese Studie natürlich par excellence sozusagen, von ihrer methodologischen Idee her per se das Gütekriterium der empirischen Verankerung erfüllt. Also dass es uns natürlich immer wichtig sein muss, im Forschungsprozess darauf zu achten, dass die Abstraktionen, dass die Interpretationen, die wir vornehmen, auch tatsächlich begründet bleiben, in konkreten empirischen Daten, also dass man mit seinem theoretischen Modell, wie Ines Steinecke das mal formuliert hat, dicht an den Daten bleibt, zum Beispiel indem man kodifizierte Methoden anwendet, also so wie ich sie Ihnen hier vorstelle, ja, also beschriebene etablierte Methoden der qualitativen Sozialforschung. Empirische Verankerung kann man erreichen, indem man hinreichende Textbelege einfügt, ja immer wieder Zitate aus den Interviews oder Passagen aus den Beobachtungsprotokollen in den Forschungsbericht einarbeitet, indem man wirklich durchexerziert, also wie man Abstraktionen vornimmt anhand eines Falles, anhand eines konkreten Beispiels und gerade in neuerer Zeit häufig praktiziert in qualitativer Sozialforschung ist die kommunikative Validierung, also dass man mit seinen Untersuchungsergebnissen im Anschluss noch einmal zurückgeht zu den Beforschten zu seinen Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern und die Ergebnisse mit ihnen bespricht und um Einschätzung bittet. Diese vier Punkte können empirische Verankerung sichern und ein weiteres Gütekriterium ist das der Limitation, ja, also die Frage, kann ich die Ergebnisse meiner konkreten Studie verallgemeinern? also Strauss zum Beispiel und Glaser, die haben ja jetzt in amerikanischen Krankenhäusern geforscht und eben diese Kalkulation des sozialen Verlustes herausgearbeitet und die Typologie der Bewusstheitskontexte und jetzt ja die Frage, gut, kann man das auch übertragen beispielsweise auf deutsche Krankenhäuser? Ja, also kann ich dieses theoretische Modell, diese Typologie generalisieren über die untersuchten Fälle hinaus? Ja, und dieser Frage kann ich mich nähern, indem ich ganz explizit Fallkontrastierungen durchführe und nach Abweichungen suche innerhalb meiner Daten. Also Glaser und Strauss beispielsweise haben dann auch Begleitstudien durchgeführt in Krankenhäusern anderer Kulturkreise, um einen möglichst großen Kontrast erheben zu können. Ja, und sie haben sich dann eher methodologisch als konkret mit der Frage beschäftigt, ob man aus ihrem Modell eine allgemeinere Theorie entwickeln kann. Also das tun sie wohlgemerkt nicht, inhaltlich, in the Awareness of Dying, aber sie diskutieren die Frage, ob man es könnte in The Discovery of Grounded Theory und zwar am Beispiel des sozialen Verlustes, was ich ihnen eben gesagt habe, denn für sie sähe, wenn es denn möglich wäre, der Weg von der gegenstandsbezogenen Grounded Theory zur allgemeinen Sozialtheorie so aus, oder er könnte so aussehen, dass man diese Kalkulation des sozialen Verlustes von Sterbenden abstrahieren und generalisieren könnte zu einer Theorie des sozialen Wertes von Menschen. Ja, also dann würde es nicht mehr um den sozialen Verlust Sterbender, sondern generell um den sozialen Wert aller Menschen gehen und es würde nicht nur gehen um die Behandlung der Patienten im Krankenhaus, sondern es würde generell gehen um den Umgang vielleicht auch innerhalb des Dienstleistungsbereiches um den Umgang mit Menschen auf Basis des latent kalkulierten sozialen Wertes. Ja, also so könnte ein Weg ausgehen, wenn man diese Frage wohlwollend positiv beantwortet und sagt, ja, ich kann meine Untersuchungsergebnisse generalisieren, dann könnte man so von der gegenstandsbezogenen Grounded Theory zur allgemeinen Sozialtheorie kommen. Und einen dritten Meilenstein möchte ich Ihnen vorstellen, nämlich die qualitative Inhaltsanalyse und da fällt einem natürlich als erstes dieser Mann ein, Philipp Meiring, hat ein sehr bekanntes Lehrbuch geschrieben, das mittlerweile auch, ich glaube, in der zwölften Auflage vorliegt. Er ist in München geboren, hat Pädagogik, Psychologie und Soziologie dort studiert und dann in Ludwigsburg und Klagenfort geforscht und gelehrt. Eines der ersten Forschungsprojekte, an dem er beteiligt war, das war eine Studie namens Kognitive Kontrolle in Krisensituationen, ein DFG-Projekt, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, geleitet von Dieter Ullich und Karl Hauser und in diesem Forschungsprojekt war Meiring als Doktorand tätig und in dem Projekt ging es um arbeitslose Lehrerinnen und Lehrer. Also wir kommen sozusagen zurück zum Thema Arbeitslosigkeit und es gibt in dieser Studie auch ganz explizite Bezüge zu Marienthal, aber gleichwohl haben wir es natürlich mit einer völlig anderen Situation zu tun. Also wir haben es in den 1980er Jahren in Deutschland natürlich mit einem ganz anderen Lebensstandard zu tun als in den 30er Jahren in Österreich. Vor allem auch mit einer ganz anderen wohlfahrtsstaatlichen Absicherung. Diese existenzielle Armut, dass die Menschen ihre Katzen und Hunde gegessen haben, wie in Marienthal, die hatten wir natürlich Gott sei Dank in den 1980er Jahren in Deutschland nicht mehr. Und ein weiterer Unterschied, obwohl es in beiden Fällen um das gleiche Forschungsthema geht, dass es jetzt hier in dieser Studie Psychologie der Krisenbewältigung um die individuelle Bewältigung von Arbeitslosigkeit geht, während es in Marienthal ja eher um dieses Soziogramm ging, also die soziale Gruppe und ihre Betroffenheit von Arbeitslosigkeit im Mittelpunkt stand. Und vielleicht ein weiterer Unterschied, das muss man fairerweise auch sagen, also diese Studie Psychologie der Krisenbewältigung hat natürlich ein ganz anderes, sehr dezidiertes theoretisches Fundamenten, vor allen Dingen sozialpsychologisches Fundament, während die Arbeitslosen von Marienthal ja auf einer viel empiristischeren Ebene unterwegs war. Das Ziel der Studie, das beschreiben die Autoren folgendermaßen, es ging um eine differenzierte Beschreibung der individuellen Konfrontation mit der Situation Arbeitslosigkeit. Arbeitslosigkeit wird dabei als potenzielle Krisensituation aufgefasst, die auf bestimmte strukturelle Bedingungen und inhaltliche Faktoren zurückgeht, die zu emotionalen Reaktionen, zum Beispiel zu einer Veränderung der Identität führt und zugleich bestimmte Bewältigungsversuche erfordert. Aus diesem übergeordneten Ziel haben sie konkrete Forschungsfragen abgeleitet, es ging darum herauszuarbeiten, wie erleben Menschen die Krisensituation in ihrem Alltag, wie entstehen die Krisen überhaupt, wie gehen die Menschen damit um und was folgt daraus für die weitere Persönlichkeitsentwicklung. Auch hier verschiedene Ebenen, erleben, Struktur, handeln, Konsequenzen mit einem spezifischen Fokus auf sozialpsychologische Forschungsfragen. Was sie methodisch gemacht haben in der Studie sind Interviews, eine ganze Menge, nämlich insgesamt 600, heute würde man sagen Experten- Interviews mit Lehrerinnen und Lehrern mit zwei Besonderheiten. Erstmal haben wir es zu tun mit einer Längsschnittuntersuchung. Das ist etwas sehr Außergewöhnliches, ja, also eine qualitative Längsschnittstudie findet sich eher selten, das im quantitativen Bereich viel häufiger, im qualitativen haben wir es ja meist eher mit Momentaufnahmen zu tun, so wie das bei den anderen beiden Studien, die ich vorgestellt hatte, auch der Fall war. Hier ist es eine Längsschnittstudie, an der insgesamt 104 Lehrerinnen und Lehrer beteiligt waren, ja, und die wurden über den Zeitraum von einem Jahr bis zu siebenmal interviewt, sodass man eben auf diese 600 Interviews kommt. Das ist die erste Besonderheit. Die zweite Besonderheit ist, dass man Gruppen gebildet hat. Ja, man hat zwei Untersuchungsgruppen gebildet, nämlich einerseits Lehrerinnen, die unmittelbar nach ihrer Ausbildung, also nach dem Staatsexamen arbeitslos waren, und andererseits Lehrerinnen und Lehrer, die nach ihrer Ausbildung zunächst nur eine befristete Anstellung gefunden haben, was seinerzeit ja eine sehr besondere Situation war, weil es in den 1970er, 1980er Jahren dieses unbefristete Normalarbeitsverhältnis in Vollzeit natürlich noch viel weiter verbreitet war als heute, wo befristete Verträge ja in vielen Branchen eher der Regelfall als die Ausnahme sind. Und man hat drittens schließlich eine Kontrollgruppe in die Studie mit einbezogen. Also man hat 25 Lehrerinnen und Lehrer interviewt, die jetzt eben nicht von Arbeitslosigkeit betroffen waren, sondern direkt nach ihrer Ausbildung auf unbefristete Planstellen ihren Dienst antreten konnten. Das ist auch sehr selten für qualitative Studien. Man kennt es ja aus naturwissenschaftlicher Forschung gut, auch gerade in diesen Zeiten, wenn man viel von Impfstudien hört, etc. pp. weiß man ja, wie wichtig das hier im naturwissenschaftlichen Bereich ist, dass ich Kontrollgruppen habe, also dass ich in Studien jetzt einer Gruppe den tatsächlichen Impfstoff und der anderen Gruppe ein Placebo gebe, etc. pp. In der Sozialforschung ist das eher selten, gerade im qualitativen Bereich. Hier hat man es aber so gemacht. Und diese Interviews, die wurden mithilfe von Leitfäden geführt. Auch das macht man ja häufig, ja, also, dass man sich zumindest vor den Interviews Stichpunkte macht, über welche Themen man sprechen möchte im Interview. Also so würde ich einen Leitfaden verstehen. Nicht so sehr, dass da ganz konkret die Frage Formulierung vorgegeben sein sollte, auch nicht so sehr, dass die Reihenfolge der Fragen ganz strikt vorgegeben sein wollte. Das führt doch zu sehr unnatürlichen Gesprächssituationen. Aber es ist natürlich gut, als Interviewerin oder Interviewer, ja, also Stichworte an der Hand zu haben, über welche Themen man sprechen will. Wenn man sich die Studie mal anschaut, ich mag da jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen, es ist ein interessanter Leitfaden, also weil er auch theoretische Aspekte beinhaltet, also das, was in runden Klammern steht, in der ersten Frage, die ist hier beispielhaft formuliert, mit was empfinden sie jetzt angesichts ihrer Arbeitslosigkeit, eher Hoffnung oder eher Aussichtslosigkeit und steht in den Klammern immer dahinter, dass es nun um die emotionale Komponente geht und in den Spitzenklammern stehen mögliche Nachfragen, ja, also nämlich in Abhängigkeit von der Antwort wird dann gefragt, wie viel Hoffnung oder wie viel Aussichtslosigkeit vorliegt und etwas, was auch sehr interessant ist, was ich nur selten bislang gesehen habe, sind diese Linien, die sie im unteren Teil, dieses ganz kleinen Auszugs aus dem Interview Leitfaden sehen, dort könnte der die Interviewerin nämlich vor dem Interview bestimmte Informationen über den Interviewee eintragen, ja, das ist dieser Längsschnittstudie geschuldet, also dass man sich vor dem Interview Notizen gemacht hat, was denn in den vergangenen Interviews schon gesagt wurde und dass man da nun noch einmal nachfragen kann. Mittels dieses Instruments wurden also die 600 Interviews geführt, was zu einer Menge Daten geführt hat, nämlich zu insgesamt 20.000 Seiten Transkript. Das ist eine ordentliche Menge, aber auch eine große Studie mit diesen 600 Interviews auch in kleineren Studien, unserer Pilger-Studie zum Beispiel, ist es aber so, dass wir am Ende mehrere Tausend Transkriptseiten hatten. Und das ist natürlich auch ein Problem qualitativer Forschung, dass man nun also Wege finden muss, wie man mit diesem sehr umfangreichen Datenmaterial eigentlich umgeht. Und ich denke, das ist eine der Besonderheiten der qualitativen Inhaltsanalyse, dass Sie hier ganz explizit Möglichkeiten an die Hand gibt, wie man Material komprimieren kann und wie man Redundanzen innerhalb des Materials reduzieren kann. Das ist, denke ich, Ihre erste Besonderheit. Wenn wir das mal an einem Beispiel anschauen, ist es zum Beispiel so, dass in den Interviews nach einem Praxisschock gefragt wurde. Also ob man nach der Ausbildung, wenn man dann das erste Mal vor einer Schulklasse stand und unterrichtet hat, ob man da so etwas erlebt hat, wie einen Praxisschock. Und da sagt jetzt einer der interviewten Lehrer, Praxisschock, ich habe es in der Arbeit, die ich da geschrieben habe, auch verwendet, muss ich sagen, habe ich eigentlich nicht direkt gehabt, sagt er. Und ganz ähnlich, wie wir das eben bei dem Kodieren in der Grounded Theory besprochen hat, haben, würde man jetzt hingehen und die Transkripte Satz für Satz durchschauen und im Fall der Inhaltsanalyse würde man aus diesem Satz zunächst eine Paraphrase bilden. Die sehen Sie in dieser großen Tabelle ganz links oben, also aus dem gerade zitierten Interviewsatz wurde in dieser Studie die Paraphrase gebildet, Praxisschock selbst nicht direkt gehabt. Also wir nennen es nicht Kodieren, sondern wir nennen es Paraphrasieren, das Übersetzen des Interviews, Zitats, in eine zunächst neutralere, abstraktere Sprache, so dass sich am Ende eine Liste, Sie sehen hier nur einen winzig kleinen Auszug aus dieser Studie, am Ende eine Liste von Paraphrasen findet. Und diese Paraphrasen, das ist ein ganz entscheidender Schritt bei der Materialreduktion, die werden daraufhin generalisiert. Aus der Paraphrase, Praxisschock selbst nicht direkt gehabt, wurde also die Generalisierung gebildet, kein Praxisschock. Sodass man in der mittleren Spalte dann eine Reihe von Generalisierungen hat. Und dann tut man zwei Dinge. Erstens streicht man redundante Generalisierungen. Sie sehen zum Beispiel, dass kein Praxisschock sowohl in Zeile 1 vorkommt, als auch in Zeile 7. Und in Zeile 7 wurde diese Generalisierung gestrichen, weil sie redundant ist. Und das Zweite, was ich nun tue, ist, ich gehe hin und ich verbinde zusammenhängende Generalisierungen, so wie ich bei der Grounded Theory eben verschiedene Codes zu Kategorien abstrahiert habe. Also aus der Zusammenschau mehrerer Paraphrasen, daraufhin mehrerer Generalisierung, folgt in der rechten Spalte nun eine generalisierte Paraphrase, die da lautet kein Praxisschock wegen Flexibilität, Realismus, Anpassungsfähigkeit und Reden mit Kollegen. Das ist schon so ein kleines theoretisches Modell, das ist ein Kausalzusammenhang, weil man nun sagt, welche Bedingungen müssen eigentlich erfüllt sein, damit jemand so einen Praxisschock nach seiner Ausbildung eben nicht erlebt. Ähnlich wurde das in dieser zweiten generalisierten Paraphrase gemacht, da geht es darum, ob man auch ohne Disziplinarmaßnahmen gegenüber den Schülerinnen und Schülern unterrichten kann. Das ist der erste Schritt der Materialreduktion. Es kommt dann ein zweiter Schritt, in dem man sozusagen nun wieder vorne anfängt und diese generalisierte Paraphrase kein Praxisschock wegen Flexibilität, Realismus, Anpassungsfähigkeit und Reden mit Kollegen hernimmt und noch einmal generalisiert, also auf ein vorher definiertes Abstraktionsniveau bringt, es verknappt, sodass die Generalisierung nun lautet, kein Praxisschock, wenn flexibel und anpassungsfähig Reden mit Kollegen. Auch hier würde man dann in der mittleren Spalte hingehen und diese Generalisierung des zweiten Schrittes durchschauen, schauen, welche sind redundant, diese würde man streichen und sie nur an einer Stelle übernehmen, sodass ich am Ende eine induktiv gebildete Kategorie habe, die sich aus ganz vielen ursprünglichen Interviewzitaten, die dann prachfrasiert wurden, generalisiert wurden, die zersynthetisiert wurden, dann nochmal generalisiert wurden, am Ende habe ich eine sehr komprimierte, induktiv gebildete Kategorie, die im Fall dieser Studie lautet, Praxisschock kann Selbstvertrauen stark mindern und belasten, wenn keine Übung da ist, destruktive Kritik und Anpassungszwang an Seminarlehrer nicht weggesteckt wird und man nicht völlig von sich überzeugt ist. Sie merken, da stecken jetzt schon eine Menge anderer Aspekte mit drin, die sich aus anderen Paraphrasen und Generalisierungen dieser im Original natürlich sehr langen Tabelle zusammensetzen. Das kann ich hier kaum darstellen in der Zeit, die uns zur Verfügung steht, aber empfehle Ihnen sehr, also auch durchaus mal reinzuschauen in diese Studie Psychologie der Krisenbewältigung, weil eben solche methodischen Aspekte oder wie man eigentlich von den Daten zu einem Ergebnis gekommen ist, sehr nachvollziehbar und sehr transparent dokumentiert werden, insbesondere von Philipp Meiring. Also diese Materialreduktion, die halte ich doch für etwas sehr Wesentliches der Inhaltsanalyse, für etwas Wichtiges auch, weil irgendeine Form der Materialkonzentration in qualitativer Forschung eigentlich immer wichtig ist, um Daten handhabbar zu machen für die Auswertung, für die Interpretation. Auf ein anderes Merkmal der Inhaltsanalyse möchte ich jetzt fast schon abschließend eingehen und das ist die Strukturierung des Materials. Also wir haben ja gerade davon gesprochen, dass die Kategorie induktiv entwickelt worden ist aus den Daten heraus, fast schon Grounded Theory. Das ist eine Spielart der Inhaltsanalyse. Es gibt aber auch die strukturierende qualitative Inhaltsanalyse, die einen anderen Weg geht, die nämlich das Kategorien System, also die Zusammenschau aller Kategorien nicht induktiv entwickelt, sondern ex ante, also sozusagen deduktiv auf der Basis des bereits vorliegenden Forschungsstands. Da gibt es klare Ablaufschäben, also ich beschäftige mich erstmal mit der Frage, was ist eigentlich meine Analyseeinheit im Transkript, ein einzelner Satz wird wahrscheinlich ein bisschen zu feingliedrig sein, eine ganze Antwort eines Interviewpartners ein bisschen zu grob, also irgendwo dazwischen bewegen sich Analyseeinheiten, dann geht man hin und entwickelt ein Kategorien System, man schaut also den Forschungsstand durch, man lässt sein Vorwissen mit einfließen und extrahiert dann, das ist ein wichtiger Begriff der Inhaltsanalyse, aus den Daten extrahiert man dann diejenigen Fundstellen, also meinetwegen die Interviewzitate, die zur Beantwortung der Forschungsfrage entscheidend sind und eben nur diese relevanten Fundstellen und würde sie dann kategorisieren, also man paraphrasiert sie, man generalisiert sie und diese Generalisierung, die kategorisiert man dann in ein Kategoriensystem, das allerdings initial nicht auf den Daten beruht, sondern auf theoretischen Vorüberlegungen beruht. wichtig ist, ja und das ist denke ich ganz selbstverständlicher Schritt in der zeitgenössischen Inhaltsanalyse, dass man während dieses Prozesses immer wieder sein ja theoretisch entwickeltes Kategorien System überprüft, dass man es modifiziert, dass man Kategorien nochmal ausdifferenziert, dass man merkt, ich muss neue Kategorien entwickeln, weil ich gar nicht meine Generalisierung sonst irgendwo sinnvoll zuordnen kann. Also es ist eigentlich ein Zusammenspiel von deduktiver und induktiver Kategoriebildung oder sagen wir von deduktiver Kategoriebildung und induktiver Kategorie Modifikation. Das natürlich große Vorteile bringt insofern, wenn ich die Kategorien auf Basis von Vorwissen und Forschungsstand Entwickler, dass ich dann viel unmittelbarer anschließen kann an bereits vorhandenen Forschungsstand. Das ist denke ich etwas, was die Inhaltsanalyse in besonderer Weise leisten kann. Und ein Beispiel, nur kurz herausgegriffen aus der Studie, das wäre zum Beispiel die Kategorie Selbstvertrauen. Also die hat man in dieser Studie eben im Vorfeld entwickelt. Ich sagte ja schon, man hat so einen sozialpsychologischen Theorierahmen in dieser Studie. Man hat sozusagen die theoretisch begründete Vermutung schon ex ante gehabt, dass jetzt das Handeln vor dem Hintergrund von Arbeitslosigkeit oder dass auch das Erleben und das Bewältigen von Arbeitslosigkeit vielleicht etwas zu tun haben könnte mit Selbstvertrauen. Also das war eine theoretische Vorüberlegung, noch bevor man die Interviews geführt hat. Drum hat man die Kategorie Selbstvertrauen mit in das Kategoriesystem aufgenommen. Man hat dann auch auf Basis des Forschungsstandes aufgenommen, dass Selbstvertrauen verschiedene Ausprägungen haben kann. Es kann hoch sein, es kann niedrig sein, im Original gibt es auch noch eine Kategorie mittleres Selbstvertrauen. Und wichtig ist nun in so einem Kategorien System, dass man diese einzelnen Kategorien und ihre Ausprägung möglichst exakt definiert. Also man muss sagen, wann fällt eine generalisierte Paraphrase in diese Kategorie. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn man große Projekte durchführt und mehrere Forschende gleichzeitig kategorisieren. Dann brauchen sie diese Regeln. Da fügt man dann auch gerne Ankerbeispiele ein, also prototypische Interviewzitate, die man einer Kategorie zugeordnet hätte und man benennt, gerade wenn man es mit mehreren macht, Codierregeln, also in dem Fall zum Beispiel, dass mehrere oder dass alle Aspekte der Definition gegeben sein müssen, damit eine generalisierte Paraphrase dieser Kategorie zugeordnet werden kann. Das wäre also ein Beispiel für eine deduktive Kategorisierung in ein ex-ante entwickeltes Kategoriesystem im Rahmen einer qualitativen Inhaltsanalyse. Das ist nicht ganz folgenlos, komme ich gleich nochmal drauf zurück, zuvor ein Blick auf die Ergebnisse, das geschieht sehr systematisch, auch in dieser Studie, die Ergebnisaufbereitung und da wird also ein variablen Schema entwickelt, indem man sagt, die Belastung, die ein Lehrer oder generalisiert, dann vielleicht die ein Mensch durch Arbeitslosigkeit empfindet, die ist von verschiedenen Aspekten abhängig, da spielen gesellschaftliche Faktoren mit rein, also die objektiven Voraussetzungen, die eigene Lebenssituation, aber unter kognitiven Mediatoren eben auch unsere Kategorie Selbstvertrauen. Auch die nimmt also offenbar einen Einfluss darauf, wie belastend ich Arbeitslosigkeit empfinde und sogar einen nicht unwichtigen, also schreiben zumindest die Autorinnen und Autoren dieser Studie und stellen das auch in Form eines Diagrammes dar, auch ein bisschen ungewöhnlich für qualitative Forschung, weil sie zeigen können, dass die empfundene Belastung durch Arbeitslosigkeit im Zeitverlauf zwischen T1 erstes Interview und T7 letztes Interview, dass die Belastung durch Arbeitslosigkeit bei Menschen mit niedrigem Selbstvertrauen im Zeitverlauf zunimmt, während sie bei Menschen mit hohem Selbstvertrauen sogar ein bisschen abnimmt im Zeitverlauf. Das ist also so eins der auch natürlich sehr vielfältigen Ergebnisse dieser Studie Psychologie der Krisenbewältigung. Ich denke, was Gütekriterien angeht, kann man einerseits gut sehen anhand dieser Studie, wie man eine Studie transparent gestalten kann. Also all diese Beispiele, auf die ich Ihnen jetzt gerade hier kurz auf den Folien gezeigt habe, die stammen eben aus im Kontext der Studie entstandenen Publikationen. Also das ist sehr stark dokumentiert und das ist eben wichtig, dass Leserinnen und Leser nachvollziehen können, wie bestimmte Untersuchungsergebnisse zustande gekommen sind. Es geht nicht darum, Untersuchungsergebnisse zu überprüfen oder in irgendeiner Weise zu validieren. Also das ist eher etwas, was man aus dem quantitativen Bereich kennt. Aber es geht doch darum, den Forschungsprozess transparent und nachvollziehbar zu machen. Nicht zuletzt natürlich für Kolleginnen und Kollegen, für Gutachterinnen und Gutachter, die ja vor Publikation einer Studie oder vor Begutachtung der Studie im Rahmen eines Qualifikationsverfahrens sich einen Eindruck vom Untersuchungsdesign und vom Forschungsprozess verschaffen müssen. Wichtig ist beispielsweise, und all dies geschieht in der Studie in recht vorbildlicher Weise, dass man das Sample erläutert, begründet, warum man Fälle ausgewählt hat, dass man im Methodenteil das Erhebungs- und Auswertungsverfahren erläutert, dass man die Daten dokumentiert in Anhängen oder neuerdings gibt es ja auch Repositorien, in denen man Kolleginnen und Kollegen auch qualitative Daten für sozusagen Sekundärforschung zur Verfügung stellen kann. Ja, und es geht natürlich nicht zuletzt auch darum, also immer wieder die Abstraktionen, die man vornimmt, die Interpretationen, die man vornimmt, zu bebildern und zum Beispiel durch Interviewzitate zu untermauern. Das etwas kritischere Güte-Kriterium, ja, was häufig gegen die Inhaltsanalyse in Anschlag gebracht wird, das ist die Offenheit. Wichtig nämlich, ist eben, das hatten wir im Zuge der Grounded Theory und der theoretischen Sensibilität schon gesagt, ja, dass wir nicht durch theoretische Vorfestlegung unseren forschenden Blick eingrenzen und dass wir jederzeit offen sind für neue und überraschende Ergebnisse im Feld. Und da ist es natürlich jetzt, so könnte man denken, zunächst mal problematisch, wenn eine strukturierende qualitative Inhaltsanalyse ihr Kategorien-System deduktiv entwickelt und dann alles, was sie an Daten paraphrasiert und generalisiert, in dieses zuvor entwickelte Kategorien-System einordnet. So könnte man denken. Aber ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, anhand dieses Ablaufschemas, dass auch die Inhaltsanalyse natürlich Möglichkeiten hat, empirisch begründet, induktiv, ihr Analyseraster jederzeit zu modifizieren und dass sie dies auch tut. Das halte ich für sehr wichtig, denn um es mal abschließend mit Jörg Strübing zu sagen, wichtig für uns qualitative Sozialforscherinnen und Sozialforscher ist, wir wollen uns überraschen lassen, wollen unseren Gesprächspartnern Möglichkeiten organisieren, um im Interviewgespräch Dinge zu äußern, die wir nie vermutet hätten. Wir wollen im empirischen Feld auf Probleme aufmerksam werden und im Detail verstehen lernen, deren Existenz wir zuvor nicht einmal geahnt haben. Wir wollen offen ins Feld gehen. Und damit haben wir jetzt eine ganze Liste von den Gütekriterien empirischer Sozialforschung, die ihr arbeitet, Gegenstandsangemessenheit, also Untersuchungsdesign an Gegenstand anpassen, nicht umgekehrt, den eigenen Einfluss jederzeit reflektieren, also reflektierte Subjektivität. Theoretische Modelle müssen dicht an Daten sein, sie müssen empirisch verankert sein. Wir müssen uns immer wieder mit der Frage der Limitationen beschäftigen, inwieweit darf ich meine spezifischen Erkenntnisse zu einer allgemeineren Theorie generalisieren. Unsere Forschung muss intersubjektiv nachvollziehbar und offen sein und es gibt noch zwei weitere Kriterien, die immer wieder diskutiert werden. Das eine ist die Kohärenz, also es darf innerhalb der eigenen Daten natürlich keine Widersprüchlichkeiten geben, das hatten wir schon kurz tangiert im Rahmen der Grounded Theory. Es darf eben keine Daten geben, die dem Modell, das ich entwickelt habe, widersprechen. Und es geht natürlich auch um die Frage der Relevanz, also der Bedeutung unserer Erkenntnisse für den einschlägigen Fachdiskurs. und damit hoffe ich, konnte ich Ihnen einen kleinen Einblick geben in drei klassische Studien, die ich tatsächlich für Meilensteine der modernen qualitativen Sozialforschung halte, also die jeweils wichtige, neue Ideen für einen qualitativen Forschungsprozess mit sich gebracht hat. Ja, bei den Arbeitslosen von Marienthal haben wir es da sicher noch mit den Anfängen zu tun, ja, aber wir haben da eben diese Idee, also nicht nur statistisch zu gucken, auch nicht nur beliebig im Sinne eine Reportage zu gucken, sondern wir haben da diese Idee mit den Mitteln der Sozialforschung, ja, diese Laborsituation Marienthal zu durchdringen, sich in die Situation einzufühlen, wie die Autorinnen und Autoren das genannt haben, und wir haben ein sehr schönes Beispiel für Gegenstandsangemessenheit, ja, also wir haben dieses sehr originelle, sehr pragmatische, sehr kreative Untersuchungsdesign, das man ja auch wirklich, das muss man unterstreichen, als Pionierarbeit sehen muss, ja, denn all diese Methoden gab es vor der Studie ja noch nicht wirklich, ja. Von der Grounded Theory, ja, können wir dieses Plädoyer mitnehmen für eine empirisch begründete Theoriebildung, ja, also dass all das, was wir an theoretischen Modellen entwickeln, auch tatsächlich fußen muss auf empirischen Daten, ja, und die Grounded Theory hat eben so einen ganzen, ja, wenn man so will, einen Werkzeugkasten mitgebracht, mit dem theoretischen Sampling, ja, mit dem Codieren, später dann auch mit Maps, ja, etc., pp., also eine ganze Reihe von Instrumenten, mit denen ich qualitative Daten analysieren kann, und die qualitative Inhaltsanalyse, denke ich, hat uns ein Werkzeug mitgegeben, ja, das also umfangreiches Datenmaterial handhabbar und eine Analyse zugänglich macht, ja, und sie hat uns durch dieses Wechselspiel aus Deduktion und Induktion, also eine gute Möglichkeit mitgegeben, also, dass unsere theoretischen Modelle nicht immer neu entwickelt werden müssen, sondern dass sie natürlich von vorneherein schon durch das Untersuchungsdesign auch anschlussfähig gemacht werden können an den bereits vorhandenen Forschungsstand. Daher halte ich die Arbeitslosen von Marienthal Awareness of Dying und die Psychologie der Krisenbewältigung für Meilensteine der qualitativen Sozialforschung und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Einen schönen Tag auf Hagen.